So Leute, herzlich willkommen zurück! Jetzt wollen wir unseren geliebten Neffen retten vor den bösen Männern mit den Gewehren. Wer auch immer das ist, wahrscheinlich irgendwelche von Damon oder so, wo wir ihn fangen wollen. Oh Gott. Die Stimme, die Stimme. Okay. Ich würde schon mal sagen, machen wir das. Und retten unseren Neffen. Wir lieben Jax. Rollenvorbild. Was zum Teufel macht Jackson hier? Das ist der Racine Van. Verdammt, der denkt, seine Mutter ist hier. Aber es gehört alles dem Mod. Nach dem Auktionsfiasko werden die Jungs schön wachsam sein. Oh shit. Alle Gegner töten. Ach so. Alle Gegner töten. Ja. Gut. Ich meine. Der. Missionsbedingung. Die ist natürlich nicht misszuverstehen dann. Haben wir die Möglichkeit Kameras zu nutzen? Oh, der Dampfrohr. Was will ich denn mit Dampfrohren? Ich will Kameras. Ja. Hm. Komm mal. Okay. Kann man den irgendwie hinlocken? Nein. Aber da. oh so nein Mist nicht so geklappt wie ich es durfte Alter sind das viele Leute Mann muss das wehtun was man nicht alles nur mit der Kamera anfangen kann hier ich sollte gucken warum Warum bringt der Trinkautomat zu kommen in den Lärm nach? Ja, bringt alles nichts. Na ja, das sind alle irgendwie... Langsam gehen wir alle aus der Sicht. Komm schon. Irgendwas müsst ihr doch tun hier. Irgendwas wollt ihr doch tun, habe ich gehört. Irgendetwas. Ja, genau. Gegen irgendwo an der Stelle könnte ich sein. So, jetzt werden sie alle geabgelenkt. Ich habe keine Ahnung was ich hier tun soll. Deshalb wie ich überhaupt was tun kann. Hier oben ist aber auch keiner mehr. Wie viele sind es noch? Sind es noch die, oder? Ja stimmt, sind es noch die ein paar. Ich könnte die jetzt noch ausschalten. Oh, da hinten. Hier läuft einer schon springen. Nein, zu spät. Hehehe. Hehehe. Wie wir dazukommen, vielleicht schwingt das Bein an. Oh, mein Oho. So. Lauf du mal rüber. Jetzt ist doch ein Scharfschütze, so wie es aussieht, also. Den muss ich auf jeden Fall ausschalten. So. Alter, wo läufst du hin, Junge? Hier ist aber auch nichts mehr zum Sprengen jetzt. Hm. Ja. Ist jetzt da hinten einer dran, oder nicht? Nein, natürlich nicht. Nein. Nein, das gibt's doch jetzt sowas. Genau, lauf mal genau davor jetzt. Alter. Ne, das ist ja... Du, da hinten kannst dich mal bewegen, du faules Sau. Du, da hinten kannst dich mal bewegen, du faules Sau. Sonst steht da unten rum. Sag's doch mal jemand gleich hier. Sag mal, das ist ja die Kamera... Sag mal, die Kamera neid. Sag mal, komm ich da oben jetzt einfach in die Kamera. Sag mal, komm ich da oben jetzt einfach in die Kamera. Alter, die laufen ja einfach so rum wie sie gerade Bock haben Ich glaube So langsam selbst die Initiative ergreifen Ansonsten dauert mir das hier nämlich grad viel zu lang Niedern Schildkunden Oh, na gut Nicht alle Seht euch um Hey, du bleibst stehen Scheiße Wird Zeit, dass das ausschlafen Ich mach dich kalt Aus die Sicht Schildkunden Hier kommt man jetzt weg hier Hier bleiben alle da Alles sei dran Warum sind die jetzt eigentlich alle unten? Kann man das irgendwann sagen? Doch Mach eine Pa Och, nö Uuuuuhh Das ist viel zu lieb hier Hey, ruf noch ein paar Leute hier! Du bist tot! Hör doch! Hör doch! Alter, das ist echt Hör doch! Hier hören wir vielleicht auf alle gar Verstärkung zu rufen Hey, wo ist die Jungs her? Deut sich beeilen! Den dran! Hey, ich geh da in Deckung! Oh shit! Grab, du Wichser! Alter, wie viele Leute kommen da? Hey, komm, willst du was abkriegen? Jetzt schicken noch mehr Leute! Wird gemacht! Jetzt reicht es aber, ja? Ich könnte schreien! Aber richtig wild schreien! Das gibt's doch nicht! Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch viel zu viel! Das ist... Alter! Ich krieg schon Kopfweh hier vom Zocken! Okay, alles klar! Oh! Der Blick steigt jetzt echt klar wieder ein! Oh! Der Blick steigt jetzt echt klar wieder ein! Ich bin schon mal μ' da! Und so viel zu viel! Es steht da nicht, wir sind dann in der drüben Nachbarn. 4, 6, 10, weiter gehen. Ich sage, ich soll schnell an die rankommen. Ich sehe den Bescheid, ich schaue mal da unten ab. Ah, da kann ich wieder sprengen. Aber das ist natürlich klasse. Ich verstehe das jetzt mal der da, der da lang geht. Alter. Jetzt vor, zurück, vor, zurück, durch elende Knaller. Ich will mich echt alle gar veräppeln. Das gibt es doch nicht. Ich will nicht stundenlang da dran sitzen hier, Leute. Vor allem, es gibt einfach kaum was zum Sprengen hier. Insgesamt schon. Ja, kann ich den Stern rufen. Das ist nicht gut. So. Oh. 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 Ich weiß. Ahe, soooo Achtung! Ich hab hier nichts. Ich geh weiter. Komm, Sprott. Hier ist der Nick. Ich bin der drüben da. Ich bin der Nick. Ich bin der drüben da. Hier ist der Nick. Weiter! Passt auf! Jawohl. Ich muss noch einen da hinten irgendwo holen. Da unten. Zack! So. Das war's jetzt. Hä? Hä? Geht's da noch irgendwo? Ah, da geht's noch. Ach ja. Okay. Ich muss noch den Jacks befreien. Hier. Aufgeflogen. Ich bring dich in Sicherheit. Komm mit Jacks. Komm schon. Wir gehen. Das hat so ein bisschen aus von 96 Hours. So der Stil. Total überrascht, was der Onkel drauf hat so auf Deutsch. Wir gehen. Das quält mir. Okay. Das ist ein Gesichtsausdruck. Was hab ich getan? Ich habe sie alle getötet. Was hab ich mir nur gedacht? So bin ich doch gar nicht. Oder? So wie's aussieht schon, ne? Ja, ja. Hm. Es gibt viel, das ich dir gerne erklären würde. Es tut mir alles so leid, Jacks. Es ist nicht einfach. Hm. Da sind Schaden für immer. Hör mir zu. Wenn ich es mit den bösen Männern aufnehme, musst du in Sicherheit sein. Das wird mir Kraft geben. Wieder Heiler? Ja. Ja, das bist du. Aber das ist nur ein Spiel. Hm. Watch Dogs auch. Noch ist es nur ein Spiel. Wer weiß, wie die Technik in Deutschland noch weiterentwickelt wird. Ich warne sie. Wenn ich nicht bald von seiner Mutter höre, rufe ich die Polizei. Hm. Mission beendet. Und damit ist auch diese Folge beendet. Ich sag mal, macht's gut noch rein. der Ruhe. Ich sag mal, habt ihr nicht gewählt. Wie. Wir wollen. In der Kontamin. Wir wollen einen Abstand. Wir wollen. Wir wollen.